Es sind diese Geschichten im Leben, die uns an die Grenzen bringen. Die uns noch Jahre danach bewegen, weil sie unvergesslich sind. Da sind gute und schlechte Momente, an die wir gerne und nicht gerne denken. Und ohne sie schrieben wir Bücher ohne Tinte. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Bleib doch stehen für einen kleinen Moment. Nimm dein Leben mit, genieß jeden Schritt. Da ist mehr, als du erkennst. Wo willst du hin? Wir könnten schweigen, anstatt zu reden, bis wir außer Atem sind. Diese Welt hört sich nicht auf zu drehen, solange ein neuer Tag beginnt. Wir bestimmen unseren Weg fürs Leben, indem wir nehmen und auch gerne geben. Und ohne dies schrieben wir Bücher ohne Tinte. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Bleib doch stehen für einen kleinen Moment. Nimm dein Leben mit, genieß jeden Schritt. Da ist mehr, als du erkennst. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und wer weiß, was du am Ende gewinnst. Nimm dein Bild dann mit, als es dir bestimmt. Du bist jetzt, du bist mit deinem Tränen. Wo willst du hin? Oh, 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 oh Einen kleinen Moment, nimm dein Leben mit, genieß jeden Schritt, da ist mehr, als du erkennst, wo kommst du her, wo gehst du hin, und wer weiß, was du am Ende gewinnst, nimm dein Leben mit, es ist tief im Stimm, du bist jetzt, du bist mittendrin, wo gehst du hin? Oh, 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 oh